Bierenz Maschinenfabriken Bierenz Maschinenfabriken ist ISO 9001 und 14001 zertifiziert. Darüber hinaus können die Produkte nach jeglicher internationaler Zertifizierungsnorm und Klassifikation geliefert werden. Im Jahr 2005 erhielt Bierenz das Prädikat Hoflieferant. Eine königliche Auszeichnung für Firmen, die länger als 100 Jahre bestehen und sich in der Region durch Qualität, Zuverlässigkeit und Kontinuität auszeichnen. Bierenz Maschinenfabriken hat sich weltweit zu einem Spezialisten für Getriebe, Zahnräder, mechanischem Antrieb und Sondermaschinen entwickelt. Partnerfirma HPG Nederland bildete auf der Grundlage einer Fünfachsenfräsmaschine eine Produktionstechnik für Zahnräder auf allerhöchstem Niveau. Die Firma verfügt über langjährige Erfahrungen und Know-how und ist in der Lage, kundenorientierte Lösungen unabhängig zu entwickeln. Durch die Software der HPG-Technik konnten neue Zahnräder entwickelt werden, wie zum Beispiel diese S-Form, die den Namen Bierenz Verzahnung erhalten hat. Bierenz kann mit der HPG-Technik Zahnräder exakt reproduzieren. Bei Schäden oder Verschleissungen genügt es in den meisten Fällen nur eins von beiden Zahnrädern zu ersetzen. Bierenz Maschinefabriken verfügt über einen modernen Maschinenpark. Die gesamte Produktion verläuft über CNC-gesteuerte Maschinen. Zusammengefasst sieht der Herstellungsprozess so aus. Die Produktion des Zahnrades beginnt mit dem Vordrehen des Rohmaterials. Der nächste Schritt ist die Weichverzahnung. Dies wird auf einer CNC-Verarbeitungsunit ausgeführt. Häufig werden die Produkte oberflächengehärtet, beispielsweise einsatzgehärtet, nitriert oder induktionsgehärtet. Nachdem die Zahnräder und Achsen gehärtet sind, folgt das Hartdrehen. Bierenz verfügt zugleich über Maschinen, bei denen sowohl das Hartdrehen als auch das Hartfräsen der Verzahnung durchgeführt werden kann. Beim Hartfräsen der Verzahnung wird so exakt gefräst, dass es nicht mehr notwendig ist, die Zahnräder einander anzugleichen. Eine CNC-Maschine mit einem Palettenwechsler ermöglicht eine effizientere Produktion. Um die hohe Qualität zu garantieren, werden alle Passungen geschliffen, zum Beispiel auf dieser CNC-gesteuerten Rundschleifmaschine. Für eine optimale Qualitätskontrolle aller Produkte stehen uns modernste Techniken zur Verfügung, wie diese 3D-Koordinaten-Messmaschine. Partner HPG Nederland entwickelte eine Methode und die benötigte Software, um die hohe Genauigkeit der CNC-Maschinen auch für die Messkontrollen zu nutzen. Auf einer Testmaschine wird das tatsächliche Tragbild mit dem vorher von Bierens berechneten Tragbild verglichen. Bierens verfügt auch über Möglichkeiten, Tragbilder zu optimieren. Bierens kann alle möglichen Verzahnungen produzieren. Vom kleinsten Zahnrad bis zu einem Teilkreisdurchmesser von 3500 mm. Vom Prototyp bis zu kleinen oder großen Serien. Bierens Maschinefabriken – die Garantie für Top-Qualität.